Sechstes Hauptstück. Der Mensch im Verkehr. Wohlwollende Verstellung. Es ist häufig im Verkehr mit Menschen eine wohlwollende Verstellung nötig, als ob wir die Motive ihres Handels nicht durchschauten. Kopien. Nicht selten begegnet man Kopien bedeutender Menschen und den meisten gefallen, wie bei Gemälden so auch hier, die Kopien besser als die Originale. Der Redner. Man kann höchst passend reden und doch so, dass alle Welt über das Gegenteil schreit, nämlich dann, wenn man nicht zu aller Welt redet. Mangel an Vertraulichkeit. Mangel an Vertraulichkeit unter Freunden ist ein Fehler, der nicht gerügt werden kann, ohne unheilbar zu werden. Zur Kunst des Schenkens. Eine Gabe ausschlagen zu müssen, bloß weil sie nicht auf die rechte Weise angeboten wurde, erbittert gegen den Geber. Der gefährlichste Parteimann. In jeder Partei ist einer, der durch sein gar zu gläubiges Aussprechen der Parteigrundsätze, die übrigen zum Abfall reizt. Ratgeber des Kranken. Wer einem Kranken seine Ratschläge gibt, erwirbt sich ein Gefühl von Überlegenheit über ihn, sei es, dass sie angenommen oder dass sie verworfen werden. Deshalb hassen reizbare und stolze Kranke die Ratgeber noch mehr als ihre Krankheit. Doppelte Art der Gleichheit. Die Sucht nach Gleichheit kann sich so äußern, dass man entweder alle anderen zu sich hinunterziehen möchte, durch Verkleinern, Sekretieren, Beinstellen oder sich mit allen hinauf, durch Anerkennen, Helfen, Freude an Fremdem Gelingen. Gegen Verlegenheit. Das beste Mittel, sehr verlegenen Leuten zu Hilfe zu kommen und sie zu beruhigen, besteht darin, dass man sie entschieden lobt. Vorliebe für einzelne Tugenden. Wir legen nicht eher besonderen Wert auf den Besitz einer Tugend, bis wir deren völlige Abwesenheit an unserem Gegner wahrnehmen. Warum man widerspricht. Man widerspricht oft einer Meinung, während uns eigentlich nur der Ton, mit dem sie vorgetragen wurde, unsympathisch ist. Vertrauen und Vertraulichkeit. Wer die Vertraulichkeit mit einer anderen Person geflissentlich zu erzwingen sucht, ist gewöhnlich nicht sicher darüber, ob er ihr Vertrauen besitzt. Wer des Vertrauens sicher ist, legt auf Vertraulichkeit wenig Wert. Gleichgewicht der Freundschaft. Manchmal kehrt im Verhältnis von uns zu einem anderen Menschen das rechte Gleichgewicht der Freundschaft zurück, wenn wir in unsere eigene Waagschale einige Graen Unrecht legen. Die gefährlichsten Ärzte Die gefährlichsten Ärzte sind die, welche es dem geborenen Arzte als geborene Schauspieler mit vollkommener Kunst der Täuschung nachmachen. Wann Paradoxien am Platze sind. Geistreichen Personen braucht man mitunter, um sie für einen Satz zu gewinnen, denselben nur in der Form einer ungeheuerlichen Paradoxie vorzulegen. Wie mutige Leute gewonnen werden. Mutige Leute überredet man dadurch zu einer Handlung, dass man dieselbe gefährlicher darstellt, als sie ist. Artigkeiten. Unbeliebten Personen rechnen wir die Artigkeiten, welche sie uns erweisen, zum Vergehen an. Warten lassen. Ein sicheres Mittel, die Leute aufzubringen und ihnen böse Gedanken in den Kopf zu setzen, ist, sie lange warten zu lassen. Dies macht unmoralisch. Gegen die Vertraulichen. Leute, welche uns ihr volles Vertrauen schenken, glauben dadurch ein Recht, auf das Unsrige zu haben. Dies ist ein Fehlschluss. Durch Geschenke erwirbt man keine Rechte. Ausgleichsmittel. Es genügt oft einem anderen, dem man einen Nachteil zugefügt hat, Gelegenheit zu einem Witz über uns zu geben, um ihm persönlich Genugtuung zu verschaffen, ja um ihn für uns gut zu stimmen. Eitelkeit der Zunge Ob der Mensch seine schlechten Eigenschaften und Laster verbirgt oder mit Offenheit sie eingesteht, so wünscht doch in beiden Fällen seine Eitelkeit einen Vorteil dabei zu haben. Man beachte nur, wie fein er unterscheidet, vor wem er jene Eigenschaften verbirgt, vor wem er ehrlich und offenherzig wird. Rücksichtsvoll. Niemanden kränken, niemanden beeinträchtigen wollen, kann ebenso wohl das Kennzeichen einer gerechten als einer ängstlichen Sinnesart sein. Zum Disputieren erforderlich. Wer seine Gedanken nicht auf Eis zu legen versteht, der soll sich nicht in die Hitze des Streites begeben. Umgang und Anmaßung Man verlernt die Anmaßung, wenn man sich immer unter verschiedenen Menschen weiß. Alleinsein pflanzt Übermut. Junge Leute sind anmaßend, denn sie gehen mit ihresgleichen um, welche alle nicht sind, aber gern viel bedeuten. Motiv des Angriffs Man greift nicht nur an, um jemandem wehzutun, ihn zu besiegen, sondern vielleicht auch nur, um sich seiner Kraft bewusst zu werden. Schmeichelei Personen, welche unsere Vorsicht im Verkehr mit ihnen durch Schmeicheleien betäuben wollen, wenden ein gefährliches Mittel an, gleichsam einen Schlaftrunk, welcher, wenn er nicht einschläfert, nur umso mehr wach er hält. Guter Briefschreiber Der, welcher keine Bücher schreibt, viel denkt und in unzureichender Gesellschaft lebt, wird für gewöhnlich ein guter Briefschreiber sein. Am hässlichsten Es ist zu bezweifeln, ob ein vielgereister irgendwo in der Welt hässlichere Gegenden gefunden hat, als im menschlichen Gesicht. Die Mitleidigen Die Mitleidigen im Unglück jederzeit hilfreichen Naturen sind selten zugleich, die sich mitfreunden. Beim Glück der anderen haben sie nichts zu tun, sind überflüssig, fühlen sich nicht im Besitz ihrer Überlegenheit und zeigen deshalb leicht Missvergnügen. Verwandte eines Selbstmörders Verwandte eines Selbstmörders rechnen es ihm übel an, dass er nicht auf Rücksicht auf ihren Ruf am Leben geblieben ist. Undank vorauszusehen Der, welcher etwas Großes schenkt, findet keine Dankbarkeit, denn der Beschenkte hat schon durch das Annehmen zu viel Last. In geistloser Gesellschaft Niemand dankt dem geistreichen Menschen die Höflichkeit, wenn er sich einer Gesellschaft gleichsteht, in der es nicht höflich ist, Geist zu zeigen. Gegenwart von Zeugen Man spricht einem Menschen, der ins Wasser fällt, noch einmal so gern nach, wenn Leute zugegen sind, die es nicht wagen. Schweigen Die für beide Parteien unangenehmste Art, eine Polemik zu erwidern, ist, sich ärgern und schweigen. Denn der Angreifende erklärt sich das Schweigen gewöhnlich als Zeichen der Verachtung. Das Geheimnis des Freundes Es wird wenige geben, welche, wenn sie um Stoff zur Unterhaltung verlegen sind, nicht die geheimeren Angelegenheiten ihrer Freunde preisgeben. Humanität Die Humanität der Berühmtheiten des Geistes besteht darin, im Verkehr mit Unberühmten auf eine verbindliche Art Unrecht zu behalten. Der Befangene Menschen, die sich in der Gesellschaft nicht sicher fühlen, benutzen jede Gelegenheit, um an einem Nahegestellten, dem sie überlegen sind, diese Überlegenheit öffentlich vor der Gesellschaft zu zeigen, zum Beispiel durch Neckereien. Dank Eine feine Seele bedrückt es, sich jemandem zum Dank verpflichtet zu wissen, eine grobe sich jemandem. Merkmal der Entfremdung Das stärkste Anzeichen von Entfremdung der Ansichten bei zwei Menschen ist dies, dass beide sich gegenseitiges, einiges Ironische sagen, aber keiner von beiden das Ironische daran fühlt. Anmaßung bei Verdiensten Anmaßung bei Verdiensten beleidigt noch mehr als Anmaßung von Menschen ohne Verdienst, denn schon das Verdienst beleidigt. Gefahr in der Stimme Mitunter macht uns im Gespräch der Klang der eigenen Stimme verlegen und verleitet uns zu Behauptungen, welche gar nicht unserer Meinung entsprechen. Im Gespräche Ob man im Gespräche dem Anderen vornehmlich Recht gibt oder Unrecht, ist durchaus die Sache der Angewöhnung. Das eine wie das andere hat Sinn. Furcht vor dem Nächsten Wir fürchten die feindselige Stimmung des Nächsten, weil wir befürchten, dass er durch diese Stimmung hinter unsere Heimlichkeiten kommt. Durch Tadel auszeichnen Sehr angesehene Personen erteilen selbst ihren Tadel so, dass sie uns damit auszeichnen wollen. Es soll uns aufmerksam machen, wie angelegentlich sie sich mit uns beschäftigen. Wir verstehen sie ganz falsch, wenn wir ihren Tadel sachlich nehmen und uns gegen ihn verteidigen. Wir ärgern sie dadurch und entfremden uns ihnen. Verdruss am Wohlwollen Wir irren uns über den Grad, in welchem wir uns gehasst, gefürchtet glauben. Weil wir selber zwar gut den Grad unserer Abweichung von einer Person Richtung Partei kennen, jene anderen aber uns sehr oberflächlich kennen und deshalb auch nur oberflächlich hassen. Wir begegnen oft einem Wohlwollen, welches uns unerklärlich ist. Verstehen wir es aber, so beleidigt es uns, weil es zeigt, dass man uns nicht ernst, nicht wichtig genug nimmt. Sich kreuzende Eitelkeiten Zwei sich begegnende Personen, deren Eitelkeit gleich groß ist, behalten hinterdrein voneinander einen schlechten Eindruck, weil jede so mit dem Eindruck beschäftigt war, den sie bei der anderen hervorbringen wollte, dass die andere auf sie keinen Eindruck machte. Beide merken endlich, dass ihr Bemühen verfehlt ist und schieben jeder anderen die Schuld zu. Unarten als gute Anzeichen Der überlegene Geist hat an den Taktlosigkeiten, Anmaßungen, ja Feindseligkeiten, ehrgeiziger Jünglinge gegen ihn sein Vergnügen. Es sind die Unarten feuriger Pferde, welche noch keine Reiter getragen haben und doch in kurzem so stolz sein werden, ihn zu tragen. Wenn es ratsam ist, Unrecht zu behalten. Man tut gut gemachte Anschuldigungen, selbst wenn sie uns Unrecht tun, ohne Widerlegung hinzunehmen, im Fall der Anschuldigende darin ein noch größeres Unrecht unsererseits sehen würde, wenn wir ihm widersprechen und etwa gar ihn widerlegten. Freilich kann einer auf diese Weise immer Unrecht haben und immer Recht behalten, und zuletzt mit dem besten Gewissen von der Welt der unerträglichste Tyrann und Quälgeist werden. Und was vom Einzelnen gilt, kann auch bei ganzen Klassen der Gesellschaft vorkommen. Zu wenig geehrt. Sehr eingebildete Personen, denen man Zeichen von geringerer Beachtung gegeben hat, als sie erwarteten, versuchen lange sich selbst und andere darüber irre zu führen und werden spitzfindige Psychologiker, um herauszubekommen, dass der andere sie doch genügend geehrt hat. Erreichen sie ihr Ziel nicht, reißt der Schleier der Täuschung, so geben sie sich nun umso größerem Unmute hin. Urzustände in der Rede nachklingend. In der Art, wie jetzt die Männer im Verkehre Behauptungen aufstellen, erkennt man oft einen Nachklang der Zeiten, wo dieselben sich besser auf Waffen als auf irgendetwas verstanden. Sie handhaben ihre Behauptungen, bald wie zielende Schützen ihr Gewehr, bald glaubt man das Sausen und Klirren der Klingen zu hören. Und bei einigen Männern poltert die Behauptung herab, wie ein derber Knüttel. Frauen dagegen sprechen so wie Wesen, welche jahrtausendelang am Webstuhl saßen oder die Nadel führten oder mit Kindern kindisch waren. Der Erzähler Wer etwas erzählt, lässt leicht merken, ob er erzählt, weil ihn das Faktum interessiert oder weil er durch die Erzählung interessieren will. Im letzteren Falle wird er übertreiben, Superlative gebrauchen und ähnliches tun. Er erzählt dann gewöhnlich schlechter, weil er nicht so sehr an die Sache als an sich denkt. Der Vorleser Wer dramatische Dichtungen vorliest, macht Entdeckungen über seinen Charakter. Er findet für gewisse Stimmungen und Szenen seine Stimme natürlicher als für andere, etwa für alles Pathetische oder für das Skurrile, während er vielleicht im gewöhnlichen Leben nur nicht Gelegenheit hatte, Pathos oder Skurrilität zu zeigen. Eine Lustspiel-Szene, welche im Leben vorkommt. Jemand denkt sich eine geistreiche Meinung über ein Thema aus, um sie in einer Gesellschaft vorzutragen. Nun würde man im Lustspiel anhören und ansehen, wer mit allen Segeln an den Punkt zu kommen und die Gesellschaft dort einzuschiffen sucht, wo er seine Bemerkung machen kann. Wie er fortwährend die Unterhaltung nach einem Ziele schiebt, gelegentlich die Richtung verliert, sie wiedergewinnt, endlich den Augenblick erreicht. Fast versagt ihm der Atem und dann nimmt ihm einer aus der Gesellschaft die Bemerkung vom Munde weg. Was wird er tun? Seine eigenen Meinung opponieren? Wie der Willen unhöflich Wenn jemand wie der Willen einen anderen unhöflich behandelt, zum Beispiel nicht grüßt, weil er ihn nicht erkennt, verwurmt ihn dies, ob schon er nicht seiner Gesinnung einen Vorwurf machen kann. Ihn kränkt die schlechte Meinung, welche er bei dem anderen erregt hat, oder er fürchtet die Folgen einer Verstimmung, oder ihn schmerzt es, den anderen verletzt zu haben. Also Eitelkeit, Furcht oder Mitleid können rege werden, vielleicht auch alles zusammen. Verräter, Meisterstück Gegen den Mitverschworenen, den kränkenden Argwohn zu äußern, ob man nicht von ihm verraten werde, und dies gerade in dem Augenblick, wo man selbst Verrat übt, ist ein Meisterstück der Bosheit, weil es den anderen persönlich okkupiert und ihn zwingt, eine Zeit lang sich sehr unverdächtig und offen zu benehmen, so dass der wirkliche Verräter sich freie Hand gemacht hat. Beleidigen und beleidigt werden Es ist weit angenehmer zu beleidigen und später um Verzeihung zu bitten, als beleidigt zu werden und Verzeihung zu gewähren. Der, welcher das Erste tut, gibt ein Zeichen von Macht und nachher von Güte des Charakters. Der andere, wenn er nicht als inhuman gelten will, muss schon verzeihen. Der Genuss an der Demütigung des Anderen ist dieser Nötigung wegen gering. Im Disput Wenn man zugleich einer anderen Meinung widerspricht und dabei seine eigene entwickelt, so verrückt gewöhnlich die fortwährende Rücksicht auf die andere Meinung die natürliche Haltung der eigenen. Sie erscheint absichtlicher, schärfer, vielleicht etwas übertrieben. Kunstgriff Wer etwas Schwieriges von einem anderen erlangen will, muss die Sache überhaupt nicht als Problem fassen, sondern schlicht seinen Plan hinlegen, als sei er die einzige Möglichkeit. Er muss verstehen, wenn im Auge des Gegners der Einwand der Widerspruch dämmert, schnell abzubrechen und ihm keine Zeit zu geben. Gewissensbisse Gewissensbisse nach Gesellschaften Warum haben wir nach gewöhnlichen Gesellschaften Gewissensbisse? Weil wir wichtige Dinge leicht genommen haben, weil wir bei der Besprechung von Personen nicht mit voller Treue gesprochen oder weil wir geschwiegen haben, wo wir reden sollten, weil wir gelegentlich nicht aufgesprungen und fortgelaufen sind. Kurz, weil wir uns in der Gesellschaft benahmen, als ob wir zu ihr gehörten. Man wird falsch beurteilt. Wer immer danach hinhorcht, wie er beurteilt wird, hat immer Angst. Denn wir werden schon von denen, welche uns am nächsten stehen, am besten kennen, falsch beurteilt. Selbst gute Freunde lassen ihre Verstimmung mitunter in einem missgünstigen Worte aus. Und würden sie unsere Freunde sein, wenn sie uns genau kennten? Die Urteile der Gleichgültigen tun sehr weh, weil sie so unbefangen fast sachlich klingen. Merken wir aber gar, dass jemand, der uns Feind ist, uns in einem geheim gehaltenen Punkt so gut kennt, wie wir uns. Wie groß ist dann erst der Verdruss? Tyrannei des Porträts Künstler und Staatsmänner, die schnell aus einzelnen Zügen das ganze Bild eines Menschen oder Ereignisses kombinieren, sind am meisten dadurch ungerecht, dass sie hinterher verlangen, das Ergebnis oder der Mensch müsse wirklich so sein, wie sie es malten. Sie verlangen geradezu, dass einer so begabt, so verschlagen, so ungerecht sei, wie er in ihrer Vorstellung lebt. Der Verwandte als der beste Freund Die Griechen, die so gut wussten, was ein Freund sei, sie allein von allen Völkern haben eine tiefe, vielfache philosophische Erörterung der Freundschaft, so dass ihnen zuerst und bis jetzt zuletzt der Freund als ein lösenswertes Problem erschienen ist. Dieselselben Griechen haben die Verwandten mit einem Ausdrucke bezeichnet, welcher der Superlativ des Wortes Freund ist. Dies bleibt mir unerklärlich. Verkannte Ehrlichkeit Wenn jemand im Gespräche sich selber zitiert, ich sagte damals, ich pflege zu sagen, so macht dies den Eindruck der Anmaßung, während es häufig gerade aus der entgegengesetzten Quelle hervorgeht, mindestens aus Ehrlichkeit, welche den Augenblick nicht mit den Einfällen schmücken und herausputzen will, welche einem früheren Augenblicke angehören. Der Parasit Es bezeichnet einen völligen Mangel an vornehmer Gesinnung, wenn jemand lieber in Abhängigkeit auf anderer Kosten leben will, nur um nicht arbeiten zu müssen, gewöhnlich mit einer heimlichen Erbitterung gegen die, von denen er abhängt. Eine solche Gesinnung ist viel häufiger bei Frauen als bei Männern, auch viel verzeihlicher aus historischen Gründen. Auf dem Altar der Versöhnung Es gibt Umstände, wo man eine Sache von einem Menschen nur so erlangt, dass man ihn beleidigt und sich verfeindet. Dieses Gefühl, einen Feind zu haben, quält ihn so, dass er gern das erste Anzeichen einer milderen Stimmung zur Versöhnung benutzt und jene Sache auf dem Altar dieser Versöhnung opfert, an der ihm früher so viel gelegen war, dass er sie um keinen Preis geben wollte. Mitleid fordern als Zeichen der Anmaßung Es gibt Menschen, welche, wenn sie in Zorn geraten und die anderen beleidigen, dabei erstens verlangen, dass man ihnen nichts übel nehme und zweitens, dass man mit ihnen Mitleid habe, weil sie so heftigen Paroxysmen unterworfen sind. So weit geht die menschliche Anmaßung. Köder Jeder Mensch hat seinen Preis. Das ist nicht wahr. Aber es findet sich wohl für jeden ein Köder, an den er anbeißen muss. So braucht man, um manche Personen für eine Sache zu gewinnen, dieser Sache nur den Glanz des menschenfreundlichen, edlen, mildtätigen, Aufopfernden zu geben und welcher Sache könnte man ihnen nicht geben. Es ist das Zuckerwerk und die Näscherei ihrer Seele. Andere haben anderes. Verhalten beim Lobe Wenn gute Freunde die begabte Natur loben, so wird sie sich öfters aus Höflichkeit und Wohlwollen darüber erfreut zeigen, aber in Wahrheit ist es ihr gleichgültig. Ihr eigentliches Wesen ist ganz träge dagegen und um keinen Schritt dadurch aus der Sonne oder dem Schatten, in dem sie liegt, herauszuwälzen. Aber die Menschen wollen durch Lob eine Freude machen und man würde sie betrüben, wenn man sich über ihr Lob nicht freute. Die Erfahrung des Sokrates Ist man einer Sache Meister geworden, so ist man gewöhnlich eben dadurch in den meisten anderen Sachen ein völliger Stümper geblieben. Aber man urteilt gerade umgekehrt, wie dies schon Sokrates erfuhr. Dies ist der Übelstand, welcher den Umgang mit Meistern unangenehm macht. Mittel der Verteidigung Im Kampf mit der Dummheit werden die billigsten und sanftesten Menschen zuletzt brutal. Sie sind damit vielleicht auf dem rechten Wege der Verteidigung, denn an die dumme Stirn gehört als Argument von rechts wegen die geballte Faust. Aber weil, wie gesagt, ihr Charakter sanft und billig ist, so leiden sie durch diese Mittel der Notwehr mehr, als sie Leid zufügen. Neugierde Wenn die Neugierde nicht wäre, würde wenig für das Wohl des Nächsten getan werden. Aber diese Neugierde schleicht sich unter dem Namen der Pflicht oder des Mitleids in das Haus des Unglücklichen und Bedürftigen. Vielleicht ist selbst an der vielberühmten Mutterliebe ein Gutstück Neugierde. Verrechnung in der Gesellschaft Dieser wünscht, interessant zu sein durch seine Urteile, jener durch seine Neigungen und Abneigungen, der Dritte durch seine Bekanntschaften, ein Vierter durch seine Vereinsamung. Und sie verrechnen sich alle. Denn der, vor dem das Schauspiel aufgeführt wird, meint selber dabei, das einzig in Betracht kommende Schauspiel zu sein. Duell Zugunsten mancher Ehrenhändel und Duelle ist zu sagen, dass wenn einer ein so reizbares Gefühl hat, nicht leben zu wollen, wenn der und der das und das über ihn sagt oder denkt, er ein Recht hat, die Sache auf den Tod des einen oder des anderen ankommen zu lassen. Darüber, dass er so reizbar ist, ist gar nicht zu rechten. Damit sind wir die Erben der Vergangenheit, ihrer Größe, sowohl wie ihrer Übertreibungen ohne welche es nie eine Größe gab. Existiert nun ein Ehrenkanon, welcher Blut anstelle des Todes gelten lässt, sodass nach einem regelmäßigen Duell das Gemüt erleichtert ist, so ist dies eine große Wohltat, weil sonst viele Menschenleben in Gefahr wären. So eine Institution erzieht übrigens die Menschen in Vorsicht auf ihre Äußerungen und macht den Umgang mit ihnen möglich. Vornehmheit und Dankbarkeit Eine vornehme Seele wird sich gern zur Dankbarkeit verpflichtet fühlen und den Gelegenheiten, bei denen sie sich verpflichtet, nicht ängstlich aus dem Wege gehen. Ebenso wird sie nachher gelassen in den Äußerungen der Dankbarkeit sein. Während niedere Seelen sich gegen alles verpflichtet werden sträuben oder nachher in den Äußerungen ihrer Dankbarkeit übertrieben und allzu sehr beflissen sind. Letzteres kommt übrigens auch bei Personen von niederer Herkunft oder gedrückter Stellung vor. Eine Gunst ihnen erwiesen durcht ihnen ein Wunder von Gnade. Die Stunden der Beretsamkeit der eine hat, um gut zu sprechen, jemanden nötig, der ihm entschieden und anerkannt überlegen ist, der andere kann nur vor einem, den er überragt, völlige Freiheit der Rede und glückliche Wendungen der Beretsamkeit finden. In beiden Fällen ist es derselbe Grund. Jeder von ihnen redet nur gut, wenn er sonst Gene redet. Der eine, weil er von dem Hören den Antrieb der Konkurrenz des Wettbewerbs nicht fühlt, der andere ebenfalls deshalb angesichts des Niederen. Nun gibt es eine ganz andere Gattung von Menschen, die nur gut reden, wenn sie im Wetteifer mit der Absicht zu siegen reden. Welche von beiden Gattungen ist die ehrgeizigere? Die, welche aus erregter Ehrsucht gut oder die, welche aus eben diesem Motive schlecht oder gar nicht spricht? Das Talent zur Freundschaft Unter den Menschen, welche eine besondere Begabung zur Freundschaft haben, treten zwei Typen hervor. Der eine ist in einem fortwährenden Aufsteigen und findet für jede Phase seiner Entwicklung einen genau zugehörigen Freund. Die Reihe von Freunden, welche er auf diese Weise erwirbt, ist unter sich selten im Zusammenhang missunter in Misshelligkeit und Widerspruch. Ganz dementsprechend, dass die späteren Phasen in seiner Entwicklung die früheren Phasen aufheben oder beeinträchtigen. Ein solcher Mensch mag in Scherz eine Leiter heißen. Den anderen Typus vertritt der, welcher eine Anziehungskraft auf sehr verschiedene Charaktere und Begabungen ausübt, sodass er einen ganzen Kreis von Freunden gewinnt. Diese aber kommen dadurch selber untereinander in freundschaftliche Beziehungen, trotz aller Verschiedenheit. Einen solchen Menschen nenne man einen Kreis. Denn in ihm muss jene Zusammengehörigkeit so verschiedener Anlagen und Naturen irgendwie vorgebildet sein. Übrigens ist die Gabe, gute Freunde zu haben, in manchen Menschen größer als die Gabe, ein guter Freund zu sein. Taktik im Gespräch Nach einem Gespräch mit jemandem ist man am besten auf den Mitunterräder zu sprechen, wenn man Gelegenheit hatte, seinen Geist, seine Liebenswürdigkeit vor ihm im ganzen Glanze zu zeigen. Dies benutzen kluge Menschen, welche jemanden sich günstig stimmen wollen, indem sie bei der Unterregung ihm die besten Gelegenheiten zu einem guten Witz und dergleichen zuschieben. Es wäre ein lustiges Gespräch zwischen zwei sehr Klugen zu denken, welche sich gegenseitig günstig stimmen wollen und sich deshalb die schönen Gelegenheiten im Gespräch hin und her zu werfen, während keiner sie annimmt, sodass das Gespräch im ganzen geistlos und unliebenswürdig verliefe, weil jeder dem anderen die Gelegenheit zu Geist und Liebenswürdigkeit zuwiese. Entladung des Unmuts Der Mensch, dem etwas misslingt, führt das Misslingen lieber auf den bösen Willen eines anderen als auf den Zufall zurück. Seine gereizte Empfindung wird dadurch erleichtert, eine Person und nicht eine Sache sich als Grund seines Misslingens zu denken. Denn an Personen kann man sich rächen. Die Unbilden des Zufalls muss man hinunterwürgen. Die Umgebung eines Fürsten pflegt deshalb, wenn diesem etwas misslungen ist, einen einzelnen Menschen als angebliche Ursache ihm zu bezeichnen und im Interesse aller Höflinge aufzuopfern. Denn der Missmut des Fürsten würde sich sonst an ihnen allen auslassen, da er ja an der Schicksalsgöttin selber keine Rache nehmen kann. Die Farbe der Umgebung annehmen Warum ist Neigung und Abneigung so ansteckend, dass man kaum in der Nähe einer stark empfindenden Person leben kann, ohne wie ein Gefäß mit ihrem Für und Wider angefüllt zu werden? Erstens ist die völlige Enthaltung des Urteils sehr schwer, mitunter für unsere Eitelkeit geradezu unerträglich. Sie trägt da gleiche Farbe mit der Gedanken- und Empfindungsarmut oder mit der Ängstlichkeit der Unmännlichkeit. Und so werden wir wenigstens dazu fortgerissen, Partei zu nehmen, vielleicht gegen die Richtung unserer Umgebung, wenn diese Stellung unserem Stolze mehr Vergnügen macht. Gewöhnlich aber, das ist das Zweite, bringen wir uns den Übergang von Gleichgültigkeit zu Neigung oder Abneigung gar nicht zum Bewusstsein, sondern allmählich gewöhnen wir uns an die Empfindungsweise unserer Umgebung. Und weil sympathisches Zustimmen und sich Verstehen so angenehm ist, tragen wir bald alle Zeichen und Parteifarben dieser Umgebung. Ironie Die Ironie ist nur als pädagogisches Mittel am Platze von Seiten eines Lehrers im Verkehr mit Schülern irgendwelcher Art. Ihr Zweck ist Demütigung, Beschämung, aber von jener heilsamen Art, welche gute Vorsätze erwachen lässt und dem, welcher uns so behandelte Verehrung, Dankbarkeit als einem Arzte entgegenbringen heißt. Der Ironische stellt sich unwissend und zwar so gut, dass die sich mit ihm unterredenden Schüler getäuscht sind und in ihrem guten Glauben an ihr eigenes Besserwissen dreist werden und sich Blößen aller Art geben. Sie verlieren die Behutsamkeit und zeigen sich, wie sie sind, bis in einem Augenblick die Leuchte, die sie dem Lehrer ins Gesicht hielten, ihre Strahlen sehr demütigend auf sie selbst zurückfallen lässt. Wo ein solches Verhältnis wie zwischen Lehrer und Schüler nicht stattfindet, ist sie eine Unart, ein gemeiner Affekt. Alle ironischen Schriftsteller rechnen auf die alberne Gattung von Menschen, welche sich gern allen anderen mit dem Autor zusammen überlegen fühlen wollen, als welchen sie für das Mundstück ihrer Anmaßung ansehen. Die Gewöhnung an Ironie, ebenso wie die an Sarkasmus, verdirbt übrigens den Charakter. Sie verleiht allmählich die Eigenschaft einer schadenfrohen Überlegenheit. Man ist zuletzt einem bissigen Hundegleich, der noch das Lachen gelernt hat, außer dem Beißen. Anmaßung Vor nichts soll man sich so hüten, als vor dem Anwachsen jenes Unkrautes, welches Anmaßung heißt und uns jede gute Ernte verdirbt. Denn es gibt Anmaßung in der Herzlichkeit, in der Ehrenbezeigung, in der wohlwollenden Vertraulichkeit, in der Liebkosung, im freundschaftlichen Rate, im Eingestehen von Fehlern, in dem Mitleid für andere und all diese schönen Dinge erregen Widerwillen, wenn jenes Kraut dazwischen wächst. Der Anmaßende, das heißt der, welcher gern mehr bedeuten will, als er ist oder gilt, macht immer eine falsche Berechnung. Zwar hat er den augenblicklichen Erfolg für sich, insofern die Menschen, vor denen er anmaßend ist, ihm gewöhnlich das Maß von Ehrezollen, welches er fordert, aus Angst oder Bequemlichkeit. Aber sie nehmen eine schlimme Rache dafür, insofern sie ebenso viel, als er über das Maß forderte, von dem Werte subtrahieren, den sie ihm bis jetzt beilegten. Es ist nichts, was die Menschen sich teurer bezahlen lassen, als Demütigung. Der Anmaßende kann sein wirklich großes Verdienst so in den Augen der anderen verdächtigen und klein machen, dass man mit staubigen Füßen darauf tritt. Selbst ein stolzes Benehmen sollte man sich nur dort erlauben, wo man ganz sicher sein kann, nicht missverstanden und als anmaßend betrachtet zu werden, zum Beispiel vor Freunden und Gattinnen. Denn es gibt im Verkehr mit Menschen keine größere Torheit, als sich den Ruf der Anmaßung zuzuziehen. Es ist noch schlimmer, als wenn man nicht gelernt hat, höflich zu lügen. Zwiegespräch Das Zwiegespräch ist das vollkommene Gespräch, weil alles, was der eine sagt, seine bestimmte Farbe, seinen Klang, seine begleitende Gebärde in strenger Rücksicht auf den anderen, mit dem gesprochen wird, erhält. Also dementsprechend, was beim Briefverkehr geschieht, das ein und derselbe zehn Arten des seelischen Ausdrucks zeigt, je nachdem er bald an diesen, bald an jenen schreibt. Beim Zwiegespräch gibt es nur eine einzige Strahlenbrechung des Gedankens. Diese bringt der Mitunterredner hervor als der Spiegel, in welchem wir unsere Gedanken möglichst schön wiedererblicken wollen. Wie aber ist es bei Zweien, bei Dreien und mehr Mitunterrednern? Da verliert notwendig das Gespräch an individualisierender Feinheit. Die verschiedenen Rücksichten kreuzen sich, heben sich auf. Die Wendung, welche dem einen wohl tut, ist nicht der Sinnesart des anderen gemäß. Deshalb wird der Mensch im Verkehr mit mehreren gezwungen, sich auf sich zurückzuziehen, die Tatsachen hinzustellen, wie sie sind, aber jenen spielenden Äther der Humanität den Gegenständen zu nehmen, welche ein Gespräch zu den angenehmsten Dingen der Welt macht. Man höre nur den Ton, in welchem Männer im Verkehre mit ganzen Gruppen von Männern zu reden pflegen. Es ist, als ob der Grundbass aller Rede der sei, das bin ich, das sage ich, nun haltet davon, was ihr wollt. Dies ist der Grund, weshalb geistreiche Frauen, bei dem, welche sie in der Gesellschaft kennenlernte, meistens einen befremdenden, peinlichen, abschreckenden Eindruck hinterlassen. Es ist das Reden zu vielen, vor vielen, welches sie aller geistigen Liebenswürdigkeit beraubt, und nur das bewusste beruhen auf sich selbst, ihrer Taktik und ihrer Absicht auf öffentlichen Sieg in grellem Lichte zeigt, während dieselben Frauen im Zwiegespräch wieder zu weibern werden und ihre geistige Armut wiederfinden. Nach Rom Auf die Anerkennung einer fernen Zukunft hoffen hat nur Sinn, wenn man die Annahme macht, dass die Menschheit wesentlich unverändert bleibe und dass alles Große nicht für eine, sondern für alle Zeiten als groß empfunden werden müsse. Dies ist aber ein Irrtum. Die Menschheit in allem Empfinden und Urteilen über das, was schön und gut ist, verwandelt sich sehr stark. Es ist Phantasterei von sich zu glauben, dass man eine Meile wegs voraus sei und dass die gesamte Menschheit unsere Straße ziehe. Zudem, ein Gelehrter, der verkannt wird, darf jetzt bestimmt darauf rechnen, dass seine Entdeckung von anderen auch gemacht wird und dass ihm bestenfalls einmal später von einem Historiker zuerkannt wird, er habe dies und jenes auch schon gewusst, sei aber nicht Wesen seiner Sache Glauben zu verschaffen. Nicht anerkannt werden wird von der Nachwelt immer als Mangel an Kraft ausgelegt. Kurz, man soll der hochmütigen Vereinsamung nicht so leicht das Wort reden. Es gibt übrigens Ausnahmefälle, aber zumeist sind es unsere Fehler, Schwächen und Narrheiten, welche die Anerkennung unserer großen Eigenschaften verhindern. Von den Freunden Überlege nur mit dir selbst einmal, wie verschieden die Empfindungen, wie geteilt die Meinungen selbst unter den Nächsten Bekannten sind. Wie selbst gleiche Meinungen in den Köpfen deiner Freunde eine ganz andere Stellung oder Stärke haben als in deinem. Wie hundertfältig der Anlass kommt zum Missverstehen, zum feindseligen Auseinanderfliehen. Nach allem wirst du dir sagen, wie unsicher ist der Boden, auf dem all unsere Bündnisse und Freundschaften ruhen, wie nah sind kalte Regenergüsse und böse Wetter, wie vereinsamt ist der Mensch. Sieht einer dies ein, und noch dazu, dass alle Meinungen und deren Art und Stärke bei seinen Mitmenschen ebenso notwendig und unverantwortlich sind wie ihre Handlungen, gewinnt er das Auge für diese innere Notwendigkeit der Meinungen aus der unlösbaren Verflechtung von Charakter, Beschäftigung, Talent, Umgebung, so werde vielleicht die Bitterkeit und Schärfe der Empfindung los, mit der jener Weise rief, Freunde, es gibt keine Freunde. Er wird sich vielmehr eingestehen, ja, es gibt Freunde, aber der Irrtum, die Täuschung über dich führte sie dir zu und Schweigen müssen sie gelernt haben, um dir Freund zu bleiben, denn fast immer beruhen solch menschliche Beziehungen darauf, dass irgendein paar Dinge nie gesagt werden, ja, dass an sie nie gerührt wird. Kommen diese Steinchen aber ins Rollen, so folgt die Freundschaft hinterdrein und zerbricht. Gibt es Menschen, welche nicht tödlich zu verletzen sind, wenn sie erführen, was ihre vertrautesten Freunde im Grunde von ihnen wissen? Indem wir uns selbst erkennen und unser Wesen selber als eine wandelnde Sphäre der Meinungen und Stimmungen ansehen und somit ein wenig geringschätzen lernen, bringen wir uns wieder ins Gleichgewicht mit den Übrigen. Es ist wahr, wir haben gute Gründe, jeden unserer Bekannten und seien es die Größten, gering zu achten, aber ebenso gute diese Empfindung gegen uns selber zu kehren. Und so wollen wir es miteinander aushalten, da wir es ja mit uns aushalten. Und so vielleicht kommt jedem auch einmal die freudigere Stunde, wo er sich sagt, wo er sagt, Freunde, es gibt keine Freunde, so rief der sterbende Weise, Feinde, es gibt keinen Feind, ruf ich, der lebende Tor. es gibt